Robin Thicke Robin hat einen ziemlich teuren Lebensstil und ist eventuell Teil der Rich Kids auf Instagram. Es kann auch gut sein, dass Lana von Beruf Tochter ist, denn nicht jeder kann von sich behaupten, einen Schrank voll mit Pelzen zu haben. Es gibt Grauzonen, aber dieses Mal ist Robin Thicke eindeutig zu weit gegangen. Er ist Alan Thicks Sohn. Was würde dein Papa wohl dazu sagen? Jedenfalls sollte Robin das nächste Mal besser aufpassen, wo er sich Spiegel befindet, bevor er seine Hand auf jemandem Po legt. Bis zum nächsten Mal.